Liebe Anwesende und liebe Größenwahnsinnige, darf ich Ihnen vorstellen. Trutz, Trutz, Trutz. Einer Trutz trifft auf die deutsche Realität. Genau, verpiss dich zu und nach Moskau. Nach Moskau. Die rote Tür, ich streiche sie ab heute schwarz. Denn alles, was so rosarot war, ist jetzt schwarz. Russland, das ist eine ganz ironiefreie Zone. Verstehst du das, Michael? Keine Witze, ja? Oh, sag mir doch, was ist mit uns denn nur geschehen? Ich entwickle ein völlig neues Forschungsgebiet, die Mämonik. Es ist nicht möglich, mit einem Menschen zusammenzuleben, der nichts vergessen kann. Das nimmt einem jeglichen Lebensmut. Vielen Dank. Vielen Dank.